und Hallo meine Freunde heute eine Runde Fortnite mit Monti Ja und Max Poa 0205 Das sind nur ein Teammates Ja Egal äh wir gehen jetzt raus und gehen zu zu dem roten Ding Ja 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 Wegpunkt ähm Leute äh Vielleicht gibt es weitere Videos auf meinem Kanal und äh das Video ist ungeschnitten weil schneiden ja vielleicht wird irgendwann meine Videos geschnitten werden Was machst du? Warum machst du immer immer Wapol 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 Was war das? Ich will ihn halt wegmachen aber das klappt irgendwie nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott ich hab meine ich hab meine Greifklinge die ich immer will Was? Ich hab die Greifklinge die ich immer will Was? Ich hab die Greifklinge die ich immer will Ich hab die... Ok... Das hab ich schon auf jemanden Wamm Ja Also ja und ich hab gerne By the way mal Tipps und Tricks in die Kommentare weil ich bin echt In Fortnite kenne ich mich nicht so gut aus Ich bin der schlechteste Spiel erst seit zwei Wochen Ey du spielst schon länger hä? Oder drei 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 So lieber zwei Ich hab Ich hab zwei Ok Also ich bin zwar schon relativ gut in PvP aber auch nicht ultra gut Ich wusste nicht dass du in Fortnite auch PvP hältst Aber irgendwie auskennen in Fortnite nicht wirklich Ich hab das nicht Ohhhhh Da ist ein innen Ich hab das nicht Ohhhhh Die hol ich mir Nein Der der zu schnell Der der schneller da ist Ey ne Der umführende Warum Ist das auf einmal gut da? Ach Gott Wer aber so viel näher will Ja ich weiß Das ist Naja so viel näher ist das noch gar nicht Ein bisschen Oh Und ich hab die Greifklinge Das ist ein bisschen unter Ey das ist gemein Ey das ist gemein Das wird weg Kriegst du die Greifklinge Die packen Die packen Die schmeiß ich nicht weg Die will ich aber nicht Ja ich will sie auch nicht Ja eben also krieg ichs Nein Doch Mann Hey aber ich krieg die anderen Sachen bitte Ja Oh ja jetzt hab ich gar nicht eh verbraucht Ich mein Was denn Jetzt hab ich in den Kopf verbraucht Ich bin dran Weil ich äh da wo du Ich hab gesagt hab Ja Ich Nimm mal ein Stück mit Bitte So viel Kack Waffen Ja Nimm ich gute Waffen So Kann ich weniger so die Greifklinge hab ich Kann aber nicht greifen Nee die Greifklinge Ist hier nochmal ne Ninja Turtle Waffe in der Nähe Jaaaa Ich glaube Ich mag niemals Also die Greifklinge Nee Ja dann laufen wir Warte warte Dann laufen wir zu den Kantonen Und vielleicht kommt der uns einen in den Weg Ja kann ich so nicht Ein blauen Waypoint Oder? Ich hol doch nen Nettkipp dann hab ich 3 Ich hab auch gar keins Oh Dann geb ich dir Was hast du? Ich hab auch 500 Meter So nach Waypoint Keine Ahnung ob das auch wirklich stimmt Das ist ein bisschen doof dass sie nur äh die Zuschauer nur äh dein wird schon sehen aber Ist halt jetzt erstmal so Hey so bei anderen YouTubern auch so Übrigens Ja Übrigens äh Ja übrigens äh OE wird auch Bald Ein Kanal und Videos machen Es wird zwar wieder Ja Noch 3 Jahre dauern gefühlt Aber ihr könnt euch schon irgendwie freuen Ja Ja Aber 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 du äh du wolltest auch schon ein bisschen länger Videos machen und ich will halt keine Shorts machen sondern nur Videos Ja Ja Und von daher ja ja oder Ja Storytelling 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 Teilen im Leben Hä Na ja egal Ja Ja Da steh ich nicht richtig aber Hä aber wir sind ja jetzt voll schnell da gewesen Oder hast du Autos Ne Nö Ja 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 Ich hatte die noch nie Ich hatte greifklingeltakten Ah Ja Die Schöne eine Katana Pol Wir sind tauschen dass ich die habe und Du die Ninja Turtle Ja Ninja Turtle Dinger tauschen Dach und tauschen Achso ne eher nicht Ja okay Ich nehme Stücke mit Von der Pizza Ich erziehe Ja du kannst das nicht Du schützt dich es ein Ich war ein bisschen bumm dass ich jetzt wo ich 94 noch entgenommen hab also 94 Ey das ist ja meine Achso ich hab nicht gekriegt Nimm hier noch 4 Liter Stücke Ich hab noch welche Also äh Nimm ich hier Äh und ich brauch keine mehr Ich brauch keine mehr Ich will nichts wegschmeißen Und ich hab Foto auch Nein ich hab Medkirchen und so und ich will dann nicht wegschmeißen Wie viele Medkirchen hast du? Drei Also ja Soll ich denn auch eins mitnehmen? Na toll das ist ne neue Waffen Soll ich noch eins mitnehmen? Nee Ich würd eher dann Ja weil ich hab nur eine Waffe und sonst Wollen wir Oster holen? Wollen wir Oster holen? Ja wollen wir Oster holen? Nein auf gar keinen Fall Ich hab greift nicht mehr Äh ne Waffe Mit 16 Schuss Herz und greift klinge ohne Entschuldigung Was? Achso 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 Ich nehm nur nur eins mit Ich probier es Oster zu holen Ach man Ach man Darum auch man Wenn ich mich nicht schaffe Hau ab Shit weiß niemand Okay ich schaff nicht ich hau ab Warte ich komm Ich hab'n geschützt aber Ich weiß nicht ob das ein Spieler ist oder nicht Wenn es ein Spieler ist wie ein Spieler auch kommt Wenn ich immer auch Ah Kopfgeld Oh Ist auch nicht Es ist nicht mehr auf irgendjemanden Nicht mehr Genau Hab gedacht dass es bei so nicht ist Bestandes Da ist ein Spielabschlager Nimm den Ninja Teufel Ja Ich hab'n geoneshottet mit Ninja Teufel Wachter Alter Darf ich Okay Darf ich seine Sachen mal so waffen Ja okay ich brauche eh nicht Ja mit ner Ninja Teufel Wachter ist eigentlich alles relativ lang Also Ninja Teufel Wachter ist schon echt krass Shit Hab ihn Hä Wo ist Oskar? Ach wo kommt nichts los Einer Seite Lebt der noch? Nein er wird schon angegriffen aber Wo ist Oskar? Wo ist Oskar? Wo ist Oskar? Irgendwo? Bei mir bei mir bei mir Komm Ja bei mir bei mir Ja bei mir Der kommt mein Spiel weg Ja bei mir Komm Ja bei mir Der kommt mein Spiel weg Ich hab'n Leben Nee ich hab' 72 Du hast aber null Schild Und hier sind Gegner Ja Ich geh weg ich hab' noch ein Leben Kannst du mir bitte helfen? Hilf mir bitte Ja Oh Shit Ich hab aber auch nur noch voll viel im Ding Ja ich geb' dir Is was Is die Pizza Nein Doch es die Pizza Ich schaff das Ich mach das Schau Nein es ist eine Pizza Nein es geht doch nicht Ja Ich nehm' Geschütz Darf ich Geschütz aufstehen? Mann Mann Gib's dann auch mal wieder Okay Hinter dir ist Oskar Du hast halt einfach auch Oskar drinnen Ja Nimm doch Shit Hast du Oskar? Ja Kann ich mich nochmal rein? Bitte Ja 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 Der eine Bot hatte auch nen Verband Ne der eine Spieler Oh shit Warum wirst du nicht gemacht? Keine Ahnung Wait Was? Oh man Du hast die Verlaufe egal ich hab eh das Medaillot und das ja Ich nehm' noch den hier Also das sind zwei Ich nehm' beide Aber wir haben auf keinen Fall die Waffe äh weg wenn er gibt sie mir dann aber nicht die goldene Waffe von Oskar weg werden Warum? Weil die ultra krass ist Ahja ok aber die hat nie Die Waffen von Bossen sind immer krass Die sollte man nie wegwerben Komm Ich nehm' noch Bosse Ich nehm' noch Bosse Ich nehm' noch Bosse Nein Oh shit die Bosse Border Border wollte ich dir sagen Nein Blute ich blute Ich hab' noch voll Leben und so Es geht Darf ich noch? Also ich Ja du kannst nicht aber Ich würd eher reden Äh ja genau Ich würd auch direkt sein Blut hier noch ein bisschen Geschick Ja Jetzt Nein Das geht das Nein 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 aber jetzt Jetzt musst du rennen Das passt nicht Das schaffe ich Ich nehm' nicht Ich hab' hier liegen auch noch viele Nein ich renne Das passt schon Ich höre dir Das passt Ich hol' dich dann aber nicht zurück Die Leute auch nicht Hier ist irgendjemand Oh Also sollte schon aber ich steh' eh nicht Also musst du nicht Sollte dich also Geh jetzt Geh jetzt Ja jetzt Ich hab' eh Slowberry auch genommen Jetzt schaffe ich das Oh mein Gott da ist jemand Aber ich hab' eh Oskar Waffe Aber ich will ihn nicht benutzen Nee ich hab komplett falsch rum little Ich bin genauer an das Was den Ich bin Webbeter Weil ichård Was den jahre er ich bin schon er darf nicht mein Liebling die Mord im Verhältnis schreibt mal hier ein was ist eure Liebling Timotnein hat die Dörfer und Peter Wissen die Neue er überlegt er erwartet der Tüte der Tüte bei der Tüte da auch nicht mehr ich will irgendwo jemand mit mir da hat jemand mit meiner Meinung ich gehe da mal hin abwarten der dritte der vorliegen bei die Krone die haben beide Krone die ersten Lärmsteiger auch um den Boden ich glaube wir haben bei Eltern beide Freunde aber er hat die Beide aber ich auch so richtig gehen ein Leben können wollen wir nicht dann gehe ich dann natürlich hin und in heute in der Krone erst vor Ort ich will auch von den Tüten und ich bin dann auch ein irgendwo okay ich gehe zu dem anderen Tüten da auch mit einem Dorf komm mit weil dann kriegt jeder Medaille steckt in mein Auto Wir bieten den anderen auch ein, auf, äh, Dings einzustellen. Komm rein. Nee, ich nehm mir einfach. Jetzt kannst du die Border. Ja, stimmt. Nee, egal. Naja, die Border. Sohn, also. Ja, mein... Kommst du uns? Ja. Ich nehm mal werfen. Mann, ich will noch ein Medkit holen. Ich hab, ich hab eh viele. Ja, ich brauch eh jetzt nicht mehr, jetzt vorhin nicht mehr. Ich hab die Dornen, geht eh nicht mehr, wir können dann ja noch mal kurz rein. Geh doch mal, dann gehst du Ninja Turtle, Backe. Okay. Hä, du hast doch eine. Ja, aber da sind ja noch immer so krass Pizzapit und da können wir leben auf einer ganz gut. Ja, ich hab wohl aber... Kann ich das Medikin, wie viel Medikin hast du jetzt eigentlich? Ich hab drei Medikins. Ah, ja, okay. Ich nehm die, glaub ich. Oder? Ey, aber die doch nicht. Die blaue Katana ist meine. Okay, ne, ich nehm die. Komm, steig rein. Komm, wollen wir zu dem, mit dem Medaillon, zu dem Typen? Boah, Oskar Waffe, Oskar Waffe hat jetzt 150 Euro. 35 Schuss. Die nehm ich am Ende, oder? Die nehm ich am Ende mit, oder? Ja, oder mit 300 Schuss. Oder mit brennendlich, ich geh zum Typen mit Medaillon, dann kannst du das Medaillon nehmen, weil ich hab' Silberfohrn. Ich hab' hier aber schon Krone. Ah, ja, ja, trotzdem. Ich hab' ja auch, ich hab' schon mehr Geld, so. Und vielleicht hat der auch Krone kann sein. So, auch da ist jemand. Ach, das ist wahrscheinlich der schon. Scheiße, oh mein Gott, mein Leben. Halt mich doch! Ich muss ihn einfach holen, ich hab' schon keine Schuss. Ja. Ich muss bauen. Kann ich bauen jetzt. Okay, ich kann aber nicht. Scheiße. Nein. Okay, ich bin da. Hol' mich wieder zurück. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, eh. Also, ja, okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Aber, ne, aber vielleicht schaff' ich's bis zum Neustadtbus. Ich probier's. Vielleicht kann ich's sogar, wenn ich tot bin. Ne, okay, der hat mich. Das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Das weiß ich. Aber unsere Tiere können uns ja noch holen. Ja, ich glaub' ja nicht. Na, die holen uns aber. Echt? Was? Irgendeiner von uns. Ja, ich bin wieder da. Bist du auch wieder da? Mh, nein. Ich muss noch eingesammelt werden. Ja, ich hol' deine Sachen, okay? Nicht, bitte. Meine Sachen nicht, bitte. Na, ja, ich hol' eben nichts. Weißt schon. Na, hol' Spaß, Karte. Ich kenn' mich auch null mit Waffen aus. Ich auch nicht. So'n bisschen, aber. Wir laden immer irgendeine Waffe. Ah, da ist nur von irgendwelchen anderen. Also, kenn' ich mich schon mal aus, aber. Relativ gut kenn' ich mich aus, aber nicht sehr gut. Ach. 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 Der eine. Ach. Kannst du's bitte holen? Ja, ich tu' noch ein Schild, sonst bin ich da drin. Es gibt noch 14 Spieler. nicht, die zwei Celebrim, welche ja okay ja jetzt schaffen sie es sowieso nicht mehr also oder dich nicht mehr hey doch warum hey mich haben sie auch nicht mitgenommen ja es sind irgendwelche die ich mich mitnehmen dich nicht kennen egal ja gut dann lass uns mit dem Video ja aber war nicht so toll dass wir jetzt die erste Runde direkt verloren haben ja das war es mit dem Video lasst ein Like und ein Abo da warte der andere holt uns vielleicht noch nee aber nee okay lasst ein Like und ein Abo da ciao bis zum nächsten Video tschüss